Der SIR-Podcast. Geschichten vom Segeln, vom Ammersee und von interessanten Menschen. Im Moment leider nicht von Bord des Traditionsseglers SIR Shackleton. Läuft das schon? Ja, das läuft schon. Die Uhr tickt. Ja, die Uhr tickt auch und es läuft. Das ist doch gut. Die Kerze leuchtet, sie scheint nicht. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Scheinen wäre ein bisschen fies. Ja, Servus. Grüß dich. Mal wieder. Gott sei Dank. Ja, alle haben schon geschimpft. Ich rede auch ganz leise. Der Alex hat mich schon geschimpft, dass ich, wenn ich mich freue, wahnsinnig laut und wenn ich traurig bin, wahnsinnig leise werde. Boah, dann machst du ein Briefing vor dem Podcast und dann heult er wieder rum. Ja. Ja. Apropos rumheulen. Wir haben natürlich rum. Heul nicht rum. Genau, heul nicht rum rum. Heul nicht rum rum. Oh Mann. Ja, was gibt es Neues? Ich weiß was Neues. Der Alex weiß was Neues. Ja. Wir sind ja das wahnsinns fette Beute und für die, die keinen Platz gefunden haben, nicht da waren, weil es recht spontan war. Wir haben unser Podcast eben auf die Live-Bühne verlegt. Boah, wie geil. Ja, und da war echt was los. Da war es richtig knallevoll. Und es hat Spaß gemacht. Weiß ich nicht, ob es Spaß gemacht hat. Ja, mir nicht. Ach, dir nicht? Nee, mit dir. Auf dem Sofa sitzen und plaudern, das ist ja... Du hast mich auch dauernd nur angepöbelt. Ja, eben. Die anderen hat Spaß gemacht. Ach so, die meinst du. Ja, genau. Ja, ich denke schon auch, oder? Man muss Opfer bringen, wenn die anderen Spaß haben. Ja, aber war ein lustiger Abend irgendwie, gell? Total. Und erst dachte ich so, ja, dann schnacken wir halt ein bisschen, so eine halbe Stunde und gut, war aber dann doch wieder eine Stunde, ganz schnell. Ich habe wieder nicht geguckt auf die Uhr, weil wenn ich mit dir schnack, dann verliere ich ja Raum und Zeit. Ach so, was du alles verlierst beim Reden, das ist ja Wahnsinn. Dann würden wir jetzt wieder eine ganze Reihe einfach... Nee, lass mal. Ich bleibe heute mal beim Thema. Ich bleibe mal hochkonzentriert beim Thema und... Okay, wir haben jetzt 16.03 Uhr, um 16.08 Uhr bist du schon wieder raus. Wetten? Wie? Aus dem Thema? Thematisch, natürlich. Nee, wir sind fertig um 16.08 Uhr. Das wird mal ein kurzer Podcast. Nee, das machen wir heute nicht. Doch, wir kommen mal auf einen Punkt. Na, doch. Ja, gut, Punkt. Was ist denn der Punkt? Ich habe keinen Schimmer, ehrlich gesagt. Vielleicht sollten wir erzählen, was die, die nicht dabei waren, wo. Wann versäumt haben. Ach so, meinst du? Ja, das hilft vielleicht. Naja, es könnte ja wichtig sein, wir machen den ganzen Schawadag nochmal. Ach so, dann müssen wir auch sagen, was? Am 5. April machen wir das Ganze nochmal auf der Bühne. Ja, aber da reden wir nicht über den Sturm. Nicht über den Sturm, sondern über ein anderes Desaster. Ein anderes Desaster. Genau. Wir haben nämlich im Kraftbräu das erste Mal tatsächlich, das muss man jetzt schon erzählen, Alex, das muss man schon erzählen. Wir haben im Kraftbräu das erste Mal die Chance genutzt, anlässlich eines Seglerhocks im Kraftbräu in diesen, wo ich über ein Sturmtraining in England berichtet habe, was sehr schön war mit vielen Bildern, haben wir gesagt, oh, das ist die ideale Situation. Wir haben nämlich noch ein zweites Thema, nämlich einen Sturm am Ammersee von 2018, den wir erlebt haben miteinander. Und haben gesagt, wir probieren mal, ob diese Podcast-Geschichte auch auf dem grünen Kraftbräu-Sofa in live mit Gästen funktioniert. Und? Es war eine Katastrophe. Ach, jetzt lüge nicht so. Es war so eine Katastrophe. Die hatten so viel Spaß. Ja, irgendwie schon, gell? Also ich habe schöne Rückmeldungen gekriegt. Ja, ich auch. Ja, dass deine Frisur toll ist. Nein, nein, nein. Es sind andere Sachen, so von Damen, die wir kennen, die dann gesagt haben, als Feedback ist das ja unheimlich toll, eigentlich, wenn man genau darüber nachdenkt. Ich kann ja normalerweise nie die Klappe erhalten, aber da ist es mir eine Stunde lang gelungen. Oh. Sie hingen an deinen Lippen. An reinen, an meinen nicht. An deinen Lippen. Ich habe nichts gezockt. Ich war ja nur Deko. Also es war total schön. Es funktioniert. Das haben wir ja immer mal so überlegt. Würde sowas auch live funktionieren? Da haben wir immer mit dem Gedanken gespielt. Ja, es funktioniert. Wenn wir, die Voraussetzung ist, wir sind versorgt. Na ja, gut, klar. Ja, Standardausrüstung muss sein. Kerze, Rum, Bier. Und darum machen wir das am 5. April wieder. 5. April, Seglerhock. Ich finde den Ausdruck Seglerhock furchtbar, weil dann schreckt man irgendwie Nichtsegler ab. Hä? Warum? Wir sagen doch immer, und alle Interessierten und Nichtsegler. Das liest ja keiner mehr, das Kleingedruckte. Das ist wie im richtigen Leben. Wie heißt es denn dann? Sag doch mal einen Vorschlag. Ja, keine Ahnung. Super, keine Ahnung. Herzlich willkommen zum Keine Ahnung. Come to the Couch oder whatever. Come to the Couch. Ja, das klingt wie Psychiater. Jetzt wird es teuer. Ja, das stimmt auch wieder. Genau. Verdammt, verdammt. Das ist aber auch nicht einfach. Nein. Aber mal schauen, ob da auch wieder 1400 Leute in die Halle reinkommen. Mal gucken. Sonst müssen wir unsere größere Halle suchen. Haha. Jetzt bleiben wir mal mit beiden Füßen auf dem Boden. Habe ich. Ja, mir reicht ja, wenn drei kommen. Also der eine Hörer, der zweite. Und noch ein Fan. Und noch ein Fan. Das wäre ja schon mal ein Riesenerfolg. Ja. Ja, aber was soll ich sagen? Ich schaue auf meinen Kalender. Da steht 2023. Und die Frage ist, wie geht es denn dem großen alten Holzschiff mit den zwei Masten? Naja, es ist sozusagen in Teilen. In Teilen. Also das kann ich bestätigen. Es ist in Teilen. Im Moment fängt diese Phase an, wo ich fange an, an verschiedensten Plätzen nach Teilen zu suchen. Ja. Mei. Ordnung ist das halbe Leben, sage ich dir nur. Ja, das war damals, als wir das Schiff aus dem Wasser haben. Da musste schnell ausgeräumt werden. Und das ist gerade gar nicht so. Aber ich kriege sie alle zusammen. Letztendlich habe ich ganz verzweifelt. die Schienen vom Schiebe-Look gesucht. Und? Gefunden? Ja. Ist ja wunderbar. Dann kann man das ja schon hinzimmern. Das Schiebe-Look hat der liebe Edi im Beritt gehabt. Und es schaut echt toll aus. Und der Edi hat auch das Skylight gemacht. Das habe ich gesehen. Das war ja der Oberhammer. Das schaut so toll aus. Bist du, Deppert. Edi, you are very perfect. You are the godfather of varnishing and restoring. Und was weiß ich was. Wir verneigen uns tief. Das schaut so schön aus. Das hat er richtig geil gemacht. Absolut. Was für eine coole Nummer. Jetzt steht natürlich zur Disposition, weil das ganze Schiff ist nicht ganz so schön. Also machen wir jetzt. Oh. Müssen wir wieder abreißen, oder? Wahrscheinlich müssen wir das Schiff abreißen, weil das. Nein. Also da kommen die Teile langsam zusammen. Ein Großteil der Teile ist im Moment gerade in der Werkstatt in Obermühlhausen bei der Brigitte. Wo ich die ganzen Innenteile im Moment abschleife. Ich habe noch ein Innenteil. Du hast auch noch eins. Ein hochwichtiges. Ja. Und ich sage, die Teile sind verteilt. Also ich habe noch eins. Ich habe dir doch ein Fax geschickt, dass ich das mit habe. Was ist denn das für ein Teil? Die Halterung vom Windmesser. Ah, cool. Aber der Windmesser ist kaputt. Also Leute, wir brauchen ein Windmesser, damit wir wissen, ob es windet oder nicht. Genau. Ich meine, wir könnten das Ding auch aufbohren, dann wäre es ein guter Dosenbierhalter. Das glaube ich. Oder wir könnten noch weiter aufbohren, dann würde ich die Rumpflasche reinbohren. Das ist unterm Tisch übrigens das Fach. Ja, das stimmt. Drei Flaschen. Zwei. Drei gehen rein. Zwei. Drei. Zwei. Drei. Wollen wir wetten. Da kannst du doch noch eine dahinter legen. Wie dahinter? Ja, dahinter. Quer. Runter. Quer. Nein, quer gleich am Boden legen. Lage ist Lage. Da hinten in dem Eck. Das ist völlig ursprünglich. So bist du. Rollt nicht weit. Ja, rollt nicht weit. Nee. Nee. Ja gut, dann. Rollt nicht rum. Rollt nicht rum. Meine Güte. Rollt nicht rum. Das ist eine eckige Flasche. Oh Gott. Ja, also, der Sir, die Bootsbauerarbeiten sind abgeschlossen. Der Rumpf ist gestrichen. Der Rumpf ist gestrichen. Noch nicht ganz dicht. Der Kurt wird der Besitzer, aber egal. Das wird alles. Wird alles? Ich meine, braucht natürlich Wasser jetzt, das Schiff. Sie braucht dringend Wasser. Wir müssen auch wieder wässern. Das wird die nächste Aktion. Ja. Ich habe dir ja gesagt, ich habe da so eine Idee. Was für eine denn? Ich habe da was zum Wasser vernebeln. Ja. In großen Mengen. Ja. Zum Reinsprühen. Du weißt, dann hast du das flächig drin. Ja. Dann kann das ansaufen. Ja. Das probieren wir jetzt mal. Ja, aber es muss nicht mehr frosten. Also es darf nicht mehr frosten. Ja, das hört er jetzt dann übernächste Woche auf. Da freue ich mich drauf. Also viele Teile in der Werkstatt bei der Brigitte, wo ich schleife und lackiere gerade. Dort, wo ich auch noch viele Helfer die Tage ansprechen werde, vormittags schleifen, nahrmittags lackieren, vormittags schleifen, nahrmittags lackieren, am nächsten Tag einbauen. Wir müssen in der CERN noch viel machen. Da wird auch noch gestrichen und lackiert. Die Kajütdecke muss noch geschliffen werden und lackiert werden. Die Wände habe ich mir überlegt, lassen wir sie im Moment mal drin. Die schleifen wir ein bisschen glatt und malen sie weiß an, damit wir dann eine Planung haben. Aber wichtig ist, dass das Schiff jetzt ins Wasser kommt. Sie muss ins Wasser. Sie muss quellen. Sie muss quellen und so diese Schönheitsgeschichten, die dürfen noch wachsen. Und das muss jetzt nicht alles fertig sein. Und die Wände dazwischen, das machen wir noch irgendwie. Du, war ja auch so der Gedanke, dass man die Inneneinrichtung erstmal aufs Nötige reduziert. Toilette ist wichtig. Toilette ist wichtig. Aber der Rest wird schon. Und das Schiff muss nass werden, aufquellen und dann am besten noch fahren. Ja. Weil doch viele nachfragen, wie ist es mit mehr Leuten und so und überhaupt. Absolut. Das merkst du schon. Du, es freut dich auch. Also so langsam sickert ja auch durch, dass wir planen das Schiff jetzt dann doch. Wer hat denn da was an die Presse durchgeschrieben? Ich habe keine Ahnung. Ja, gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, aber wir wollen, es ist 2023. Wir wollen versuchen. Das ist wie der Tuckert. Noch dieses Jahr. Nee, Tuckern tut der Motor nicht. Doch, der Tuckert schon nicht. Ich habe ihn schon gehört. Echt? Ja. Aber nicht so schön wie der alte. Anders. Anders, genau. Ja, ja. Aber sofort angesprungen und schnurrt wie ein Uhrwerk. Ja, siehst du, da geht schon los. Wenn so ein Motor schnurrt, dann ist schon vorbei. Ist schon nichts, oder? Nee, nee. Du als alter Motorbootfahrer kennst die ja da aus. Tuckert, tuckert, tuckert. Der muss so unrhythmisch, muss der so dahin gehen. Tuckert, 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 tuckert. Ja, schon klar. Irgendwo haben wir eine schöne Aufnahme vom alten Motor noch. Ach, das war ein Motor? Ich dachte, das war... Irgendwo habe ich eine. Das war, pass auf, das war damals Sonnwend mit den Alppornspielern, wo wir draußen waren. Da habe ich mal eine Aufnahme vom Motor gemacht. Genau beim Zurückfahren. Stimmt, richtig. Ja. Ja, so schaut es aus. Schiff ist, also Bootsbau ist fertig. Die Restarbeiten können wir selber machen. Und die Werft ist wild entschlossen, das im Frühling ins Wasser zu bringen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie die das organisieren wollen mit dem Dichtwerden, weil, also ich glaube, der, wenn der vom Slipwagen runterkommt, das geht relativ schnell unter. Also das muss alles sehr schnell gehen. Naja, vielleicht gehen sie hierher und haben ein bisschen Luft und knallen das auf dem Slipwagen drauf und fahren das mit dem Slipwagen einfach mal ins Wasser rein, dass das unten schon mal alles quellen kann, zwei, drei Tage und dann einfach immer ein Stück mehr. Das wäre, aber ich glaube, die brauchen den Slip, die Slipanlage, weil das ist Hochsaison. Das ist aber schon schwierig, oder, bei denen? Ja, ich denke... Andere Schiffe müssen auch noch ins Wasser. Was ist da los? Ich denke, wir gucken, dass wir den so schnell wie möglich noch auf dem Slipwagen Maschine an, runter vom Slipwagen Vollgas geben mit Speeds neben dem Steg in den Schlick und dann säuft sie schon mal nicht mehr ab. Ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung, wie man das haben geschickt. Die haben bestimmt eine Idee. Die haben immer Ideen. Ja, ja. Ja, die sind echt gut. Die haben tolle Ideen. Die sind ja da sehr kreativ. Absolut, absolut. Ich bin jetzt auch kreativ. Ich habe nicht nichts zum Trinken. Der Alec. Nein, ich habe sogar noch was. Ja, siehst du... Ach Gott, ich habe noch was. Ich saue ja nicht so viel. Ich sage es nur mal. Rabäbel, Rabäbel. Was? Wie? Nee, Schivili. Was? Was? Hä? Ja, trink einfach. Alles gut. Ja, Mensch. Und dann ist dieses Abenteuer neigt sich dann so langsam aber sicher einem hoffentlich guten Ende zu. Und dann sind wir wieder beim 5. April, unser nächster Live-Auftritt. Da gibt es dann Bilder, Untergang und Bergung und so ein bisschen Schnack. Haben wir gar nicht erzählt. 5. April, Kraftbräu, Seglerhock. Der Alex mag den Begriff nicht, habt ihr gerade gelernt. Ich finde es ein bisschen komisch. Ja, dann habt doch einen besseren Vorschlag. Sag doch mal. Ich weiß es nur von meinem Nachbarn. Die zwei alten Männer auf der Couch. Das ist auch gut, oder? Waldorf und Stedtler ist auch Käse. Das ist schon richtig. Das ist geschützt. Nee, mein Nachbar hat mal gesagt, ja, da unten, der Seglerhock, da gehen ja nur die Segler hin. Was habe ich da verloren? Ich kenne mich ja da nicht aus. Ja, dann müssen wir da was ändern. Darum finde ich es ein bisschen schade, weil du holst halt die Nichtssegler gar nicht ab. Ja, dann müssen wir das Nichtsseglerhock machen. Es geht ja auch nicht ums Segeln. Nein, geht es nicht. Aber jetzt, komm mal, Tacheles, was ist am 5. April? Was machen wir denn da? Also wir sitzen. Auf dem Sofa. Auf besagter Couch. Zeigen Bilder. Zeigen Bilder. Untergang und Bergung der Sir Schäcke. Das ist der Titel des Abends. Und die Bilder zeigen selbiges auch. Und wir reden darüber. Genau. Wann geht es los? 19 Uhr hast du angesagt. Um 19 Uhr startet der Vortrag. Kraftbräu öffnet, wie immer um 18 Uhr. Ja, da muss ich mal schauen, ob ich da pünktlich bin. Du bist nie pünktlich. Nein, das ist eigentlich dein Job. Stimmt. Ja, gut. Was muss ich da mitbringen? Ich muss mir Buttermilch mitbringen. Buttermilch. Eine Kerze. Genau. Buttermilch. Eine Kerze. Eine Kerze. Eine Kerzele. Genau. Und viele Bilder bringen wir mit. Und Geschichten. Und vielleicht zwei, drei komische Videos. Und Videos vom Alex. Oder so. Ja. Genau. Wird toll. Also ich bin sehr gespannt. Viele haben schon gesagt, sie kommen. Sie sind neugierig, weil das ist ja etwas, was wir immer schon mal gesagt haben, dass wir darüber mal erzählen werden und berichten werden, wie das alles so gelaufen ist. Ja, und ich glaube, jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, schön langsam das nochmal zu... Revue passieren zu lassen. ...zu refreshen. Ja, absolut. Und einfach mal nochmal draufzuschauen. Absolut. Weil du weißt ja, wie es ist im Leben. Hinterher ist man ja immer schlauer. Äh, jup. Bei allem. Jup. Und ich glaube, das ist schon mal ganz eine spannende Geschichte. Auch für die, die nicht mit draußen waren. Also das ist ja da draußen auf dem See viel passiert bei der Bergung. Und das haben ja viele gerne mitbekommen. War auch ein bisschen weit weg vom Schuss. Ich meine, man hat das ja alles nicht gesehen. Ja, klar. Ich meine, das nächste Mal versenkst du dein Schiff halt irgendwie kurz vor die Seeranlagen, dass jeder zuschauen kann. Direkt am Dampfersteg in Hersching, habe ich mir überlegt. Was? Ach, nee. Nicht? Ach, nee. Ist zu seicht, oder? Nur fünf Meter. Ja, eben. Das reicht nicht. Also unser Limit ist da höher. Sieben Meter. Dann ragen die Masten auch noch raus. Ja, genau. Oh mein Gott, das sind wieder Bilder. Oh, das können wir über die ganzen Bilder wieder. Oh. Das letzte Mal auf der Bühne, wo wir saßen mit dem 18.8. Ja. Da haben wir ja auch drüber gesprochen, dass er die Seer am 18.8.2020 gesungen ist. Also da saß ich da, da hatte ich schon so ein bisschen, kennst du das, wenn du so Bauchschmerzen hast, ohne dass es so richtig fies ist. Phantomschmerzen? Ja, wenn es so grummelt und du denkst, oh nein, ich will da nicht drüber reden. Ja, das war schon, vielleicht ist das dann auch in gewisser Weise, ich weiß nicht, eine therapeutische Aufarbeitung, was wir da am 5.4. machen. Ja, was hast du halt schon gesagt, da brauche ich aber viel zu saufen. Da brauche ich, glaube ich, da wird eine Dose Buttermilch nicht reichen für dich. Okay, dann kaufe ich eine Palette. Dass wir da tatsächlich nochmal in die Aufarbeitung reinkommen, weil das war schon, wenn ich da mal so zurückdenke, jetzt heute lächelt man oder lächle ich drüber, wobei lächeln kann ich auch nicht wirklich, aber du weißt halt, wie es weitergegangen ist und was am Ende sozusagen sich alles auch an Gutem daraus entwickelt hat. Ja, und was dann auch so für komische Sachen da noch passiert sind oder was sich das so für Baustellen auch aufgemacht haben, kleine, an die hat man ja vorher gar nicht gedacht. Baustellen? Ja, ich sage einfach nur mal die Glocke. Diese Glocke so zu polieren, dass sie wieder ausschaut wie eine ordentliche Glocke, da dachte ich mir, setz dich halt hin, wo du das Ding schnell und gut bist. Oder die Uhr, die wohl ein riesen Aufwand gewesen war mit inklusiven... Die Uhr ist ja ein Buch für sich, das ist ja eine Story, das ist ja unglaublich. Auch darüber werden wir wohl berichten, oder? Ich weiß es nicht. Drei Uhr, wie viel war es? Vier oder sechs? Drei Uhr? Drei Uhr zehn, drei Uhr fünfzehn, sowas die Kante. Letztes Mal irgendwie wieder so ein Foto in der Hand gehabt. Ich habe ein Foto, es gibt ein Foto, wo ich rein bin in die Kajüte unten und habe ein Foto noch schnell gemacht und ich meine drei Uhr sechs in der Nacht war... Irgend so was, ja. Ganz, ganz, ganz komisch. Ja. Uah. Ja. Naja, also in gewisser Weise, weil... Wie gesagt... Oh, schau mal, hier auf dem Display. Ja. Pui. Grün. Das grüne Ammerseewasser auf sieben Meter Tiefe und du siehst nur den Bug vom Schiff. Inklusive der Ankerwinsch und aus der Vorpeak ragende, aufschwimmende Fender. Die versuchen nach oben zu kommen, aber nicht können. Ja, wenn der Anlass nicht so traurig gewesen wäre, ist das ein großartiges Bild, ne? Ja, auch das mit den Fischen war ziemlich cool. Definitiv, die werden wir auch zeigen, die Bilder. Und... Oh, da steht sogar die Tiefe, schau, 4,79 Meter war es und 21 Grad in der Tiefe. Am Bug, ja. Tolles Wasser. Absolut. Ja, also wird schon so, weil, wenn ich so im Nachhinein denke, das war schon ein Tag, ich weiß nicht, wie viele Tage es gab, an denen ich noch verzweifelter war als an diesem Tag. Da war ich schon sehr verzweifelt. Ja, da warst du auch ziemlich neben der Kappe dann. Stellenweise hat man es echt gemerkt, wenn man dich gebraucht hat oder so, da warst neben der Kappe. Da war ich neben der Spur, ja. Aber auch, ich meine, klar, dass man da neben der Spur ist. Ja, da war ich, ja, irgendwo so Fassungslosigkeit und Verzweiflung einfach auch. Schau, du warst ja bei der Bergung dann nimmer so neben der Kappe. Da war ich auch noch neben der Kappe. Ja, aber nimmer so, weil du konntest ja die Fahne hissen. Da habe ich geheult. Da habe ich Christian umarmt, da habe ich geheult. Die Fahne hast geheult, schau, so wie es ist gehört. Da habe ich geheult, das war sehr emotional. Die frisch gewaschene, vom Alex frisch, vielen Dank, vom Alex frisch gewaschene, eine wohlriechende Flagge, dieses Shackle. Ein extra Duft heringenommen, dass es hier keine Mecker gibt. Du. So nach dem Motto, die Fahne stinkt nach Diesel, wasch die nochmal. Und da habe ich doch tatsächlich gedacht, in dem Augenblick, als ich wieder da an Deck stand und sage, naja, so schlimm ist es ja nicht, das machen wir sauber und dann wird es schon wieder. Ganz ehrlich, das hat ja erst mal gar nicht so dramatisch ausgeschafft. Ich habe echt gedacht. So ein bisschen Müll raus und auspumpen und mit dem Föhn mal durch, alles trocknen und gut ist. Und das hat sich ja dann... Ja, das war ganz schnell erledigt. Ja, das war ganz schnell durch. Das hat wie lange gedauert? Eine Viertelstunde, da waren die ersten fetten Blasen an Deck. Yep. Und dann hast du schon gewusst, oh mein Gott, der Lack muss ab. Ja. Aber der Christoph Hagenmeier von der Steinlechner Werft, wo wir dann am Abend ja angekommen sind, der hat dann... Nee, am nächsten Tag hat er gesagt, hat er so geguckt, sagt er, naja, das kriegen wir schon wieder hin. Und dann hat er eine Summe in den Raum geworfen, dafür geht's. Ja, du mit genug Zast, da kriegst du alles hin. Ich muss aber was trinken, das ist alles so. Ja, ich merke schon, das Thema ist nicht deins, das ist nicht deins, oder? Na? Jetzt hör doch auf. Na? Eine Therapie. Das ist doch eine Couch. Was? Ja, im Kraftbräu, das wird eine Therapie-Couch-Sitzung. Ach Quatsch. Dann setze ich mich daneben in den roten Sessel. In den roten Sessel. Tun wir die Couch weg und stellen nur die Sessel hin. Ach nö, die Couch ist schon cool. Ich finde ja am allercoolsten diese Stehlampe, die ist mein Favorite. Weil wenn man auf der Bühne sich bewegt, wackelt die Mitte. Ja, wie schön, oder? Im Takt total geil. Total spooky, das Ding, aber sehr, sehr lässig. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir da über Untergang und Bergung der Verschäckeln plaudern werden. Und das Thema auch mit allen... Ja, wann gehen wir dann segeln? Ja, du fährst ja immer nur Motorboot, du. Also am 15.06. dann, oder? Das wird schwierig. Du fährst Motorboot und nicht Reff dauern. Das wird mit Segeln ganz schön schwierig. Nein, das geht mir dann schon. Ich helfe dir dann beim Nichtreffen. Wann willst du mit mir nichtreffen? Am 15.06. dann, oder? Was ist am 15.06.? Ah, das ist ein Tag mit Wind und Sonnenschein. Das weißt du jetzt schon? Ja, natürlich, bestellt ist bestellt. Hast du da Geburtstag? Nein! Du hast doch im Februar Geburtstag. Das sag ich doch. Ja. Warum 15.06.? Ich verstehe es gerade nicht. Du bringst mich gerade flüssig durcheinander. Ich bin gerade eingefallen, zack, bumm, das nehmen wir. Echt jetzt, oder? So ist der drauf? Ja, und das wäre ja auch ein guter Tag zum Probesegeln, weil ich glaube, danach, der 18. ist ja schon reserviert. Das stimmt, da kommt der Alex. Nein, ich komme da nicht. Ach, der Alex kommt gar nicht. Ja, du darfst doch keine Kundendaten verraten. Hallo, Datenschutz. Oh, nein. Hätte ich das jetzt nicht sagen sollen, oder? Nein. Na gut, dann sage ich das nicht. Ja, aber eigentlich, weißt du schon, ein letztes Probesegeln. Ein letztes Probesegeln? Bevor es wieder untergeht. Oh, ich habe ja dann professionelle, professionelle... Was hast du immer gesagt nach dem Untergang, jetzt kann nichts mehr passieren, weil ein Schiff geht nicht zweimal unter. Nein, ich habe gesagt, statistisch gesehen verliert jeder Skipper in seinem Seglerleben 0,3 Mal, glaube ich, sein Schiff. Und ich habe 1,0 Mal Schiff verloren. Jetzt könnte man das teilen mit dem Christian, ja, der gehört ja dazu, also 0,5 Mal. Das heißt, ich habe schon zwei gut. Ah, okay. Ja, ich bin durch. Kann ja nichts mehr passieren. Ja, das war auch lustig. Ich habe letztens mit der Versicherung wieder gesprochen. und habe gesagt, na, hier, also das fügt sich jetzt so langsam und das Schiff wird dann wohl wieder ins Wasser kommen. Ja, das freut sie und die haben ja gute Erfahrungen, so diese Untergangssituationen, da sind die Schiffe ja meistens hinterher besser als vorher. Super, ich soll doch mal Bilder schicken und ja, klar, versichern sie das, weil das ist jetzt eine sichere Bank. Sag ich, super, dann sage ich auch nur die Hälfte. Ne, gar nichts. Also ein Fünferhalt im Jahr. Höchstens. Ja. Mit drei Millionen versichert. Ja, weil geht ja nicht mehr unter. Ja, aber du weißt ja, Dinge passieren. Dinge passieren. Oh, und wir werden das Korpus Delicti mitbringen. Äh, am 5. April. Oh ja, das ist toll. Da kann man ja die Bühne dekorieren mit Schnickschnack. Ja. Das ist ja auch Schnickschnack. Ja, wobei wir haben viel Müll schon weggeschmissen. Das sollte man nicht machen, da kann man immer Kunst draus machen, die kann man teuer versteigern. Einen alten Auspuffkrümmer. Ja. Okay, bringen wir mit. Mann, also du bist ja... Leute, bringt Geld mit. Es werden alte Teile versteigert. Ja, so auf alte Schwemmholzbretter drauf gemacht. Keine Ahnung, einen Meter alte Kette von der Söhr. 600 Euro. Okay. Ja. Ja, wir brauchen eh noch ein bisschen Geld. So ein bisschen, gell? Ja, wir brauchen schon noch. Ja, also wir sind die, die, ja, da sind noch ein paar. Huh. Ja, wir brauchen noch. Ja, also wir werden wohl noch einen Spendenaufruf tätigen müssen, weil ganz über dem Berg sind wir noch nicht. Heißt dann quasi, wir sind mit dem Gros durch, aber das Ende ist noch nicht erreicht. Das Ende, also zumindest Schiff schwimmt, aber das Ende der Zahlungen ist noch nicht erreicht. Aber ich denke, das ist auch eine gute Sache, wenn man jetzt dann langsam anfangen kann, mit der Söhr wieder zu segeln und die Törns laufen und das bringt ja auch ein bisschen Geld rein. Da muss man auch nur ehrlich sein und dann, glaube ich, wird es leichter. In der Tat, in der Tat. Und wir wissen ja auch, dass ganz, ganz viele Leute sich auch wahnsinnig freuen, dass das Schiff auch wieder schwimmt. Ja, viele sagen schon, oh, wenn das ins Wasser kommt, ihr müsst Bescheid sagen. Ich weiß auch nicht. Wenn das da ins Wasser kommt und wird gleich wieder irgendwo an Land gezogen, also das läuft ja dann nicht. Das muss ja erst mal aufquellen. Es muss erst aufquellen, ja. Das ist ja gar kein Tag, wo man sagen kann, yeah. Also ich glaube eher, dass eigentlich der Tag, wo sie dann definitiv von Utting runter kommt und an der Boje hängt. Unter Vollzeug, wenn es geht. Ey, da hauen wir aber rauf, was da ist. Taschentücher, Unterhosen, alles. Das bringt mich das Nächste. Das Schiff ist verteilt. Ich muss die Segel suchen. Ja, aber wir haben ja genug davon. Ja, aber ich weiß nicht, wo sie sind. In der Garage, hast du gesagt. Eins. Ja. Das habe ich schon gefunden. Ja, und die Genua? Ja, eben. Was sind die wieder hinten? Ja, Fragezeichen. Haben die bei dir auf den Dachboden hochgepackt? Nee, da liegt sie nicht. Da habe ich auch schon gesucht. Ich vermute, dass die noch in St. Alban ist. Ja, im Schuppen meinst du? Im Schuppen. Das kann sein. Oh, du hast noch ein Notstromaggregat, gell? Ja. Ah, wunderbar. Ja, ob sie es haben. Ja, irgendwann brauchen wir es halt wieder. Und wenn es das tun immer braucht, dann. Und wenn wir es wieder brauchen, holen wir es halt. Ja, ja. Also wenn wir draußen auf dem Schiff dann irgendwas machen müssten und brauchen Strom, können wir das ja wieder holen und anschmeißen. Selbstverständlich. Schleifen oder was auch immer. Jederzeit, jederzeit, jederzeit. Genau. Ja, so schaut es aus. Also wir sammeln da gerade zusammen. Es macht gerade viel Spaß, weil das Schöne ist, das Schiff wird jetzt tatsächlich im Moment gerade mit jedem Handgriff schöner. Echt? Ja, sie kommt wieder zusammen. Die Stücke fügen sich. Ja, hast du da einen Überblick? Ist schon alles beinand an Stücken und Teilen? Also den Halter für den Windmesser habe ich. Den kannst du nachher gleich mitnehmen. Super. Ja, also ich weiß wohl die Cockpit, die Kajuttüren, an denen arbeite ich gerade. Da müssen noch Leisten rein, weil die ganz schön auseinandergegangen sind, die Übergangstücken. Die Toilettentüren habe ich gerade schon abgeschliffen, die werden jetzt lackiert. Der Küchenblock, den wollen wir ja nochmal einbauen. Und was wir noch machen müssen, ist das Brett für die Koje vorne, dass wir die Matratzen da wieder hinlegen können. Ach, die großen Bretter, wo wir gesprochen haben, aber das kann ja einer von den Schreiner-Profi-Jungs machen von der Werkstatt, oder? Kann man machen, muss man übergucken, kostet halt immer Geld. Nee, ich meine das Zuschneiden. Ja, absolut, absolut. Weil die Lüftungslöcher bohren wir selber? Ja, die bohren wir selber. Also es ist schon irgendwie, ich glaube schon, am Ende des Tages, dass wir alles wieder irgendwie auch zusammenkriegen. Dann brauchen wir noch Gasdruckdämpfer für die Deckelverbrei. Brauchen wir auch noch. Und dann auch das schöne Puzzlespiel, dann auch mit den ganzen Beschlägen. Wir haben zwar alle sauber aufgeschrieben, dann merke ich schon, die Schrauben, die drin waren, die sind irgendwo verteilt. Kannst du dich erinnern? Ich habe dir vor zwei Jahren nach dem Untergang, habe ich dir übers Handy eine Nachricht geschickt oder eine E-Mail. Ich glaube, das war eine E-Mail. Da habe ich gefunden, Kleiderhaken in Seepferdchenform. Kann ich mich erinnern, ja. Da müssen wir ja fast nochmal drüber nachdenken. Unbedingt, Kleiderhaken in Seepferdchenform. Die alten großen Kleiderhaken, die sind super für schwere Jacken, brauchen wir nicht diskutieren. Die habe ich ja auch noch unten. Ja. Aber ich wüsste jetzt gerade gar nicht, wo man die in dem Schiff noch hinmachen kann. Im Moment haben wir auch keine Wand dafür. Genau das ist nämlich das Problem. Ja, das müssen wir ja auch überlegen, wie viele Wände tatsächlich noch reinkommen. Gar keine mehr. Ja, weiß ich noch nicht so ganz genau. Nee. Ja, jetzt lassen wir die vorne erstmal drin. Die will ich gerade nicht rausreißen. Das ist mir jetzt gerade noch zu früh. Kettensäge. Eins nach dem anderen. Jetzt möchte ich erstmal, dass das einigermaßen hübsch ausschaut. Das schleifen wir ab, das malen wir weiß an. Dann ist es erstmal gut für dieses Jahr. Aber ich will jetzt, dass das Schiff in Dienst gestellt wird. Das hast du jetzt toll gesagt. Ich will, dass das Schiff fährt. Wer noch dafür ist, hebt die Hand. Wie viele sind es? Eins, zwei, sieben, neun, achtzehn. Ah ja, das ist doch ein paar. Und ja, da müssen wir auch ein bisschen drüber nachdenken, wie wir das Ganze feiern wollen. Das haben ja ganz viele Menschen. Da sind wir gerade beim Punkt, der ist mir auch gerade eingefallen. Wir haben bei irgendeiner Podcast-Folge, habe ich aus Spaß an der Freude, eine Umfrage dran gehängt. Über vier Monate, wo die Leute eine Antwort auswählen können. Die Frage war, wie sollen wir das feiern, wenn die Söhr wieder am Start ist. So gar nicht. Zu Hause ganz ruhig oder volle Kanne. Und so Quatsch habe ich da halt hingewiesen. Jetzt kommt der Deutschlandtrend. Der Deutschlandtrend war dann tatsächlich sehr überraschend. Hätte ich nicht gedacht. Aber es war halt dann volle Kanne. Ach was? Jo. Okay. Jo. Ja. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich habe da eher auf so gar nicht getippt. Dann hat man nicht so viel Aufwand. Volle Kanne Kamillentee. Volle Kanne Kamillentee. Ja, können wir machen. Super. Machen wir eine Kanne Kamillentee. Machen wir voll. Kamillentee mit rum. Weiß ich nicht. Ja, okay. Volle Kanne Kamillentee mit rum. Ja. Ja, siehst du, also so sind die Leute drauf. Jetzt weißt du, was Sache ist. Also da schon am übeligen, weil einfach unglaublich viele Helfer. Bei der Gelegenheit auch danke an die vielen, vielen Helfer, die... Ich habe gar nicht angefangen, die Stunden zu zählen, aber es sind... Aber du hast die Helfer aufgelistet. Ich habe die Helfer aufgelistet. Und also es ist weit im vierstelligen Stundenbereich, was in das Schiff reingeflossen ist. Du hast ganz schnell... Und vielen Dank an die vielen Helfer, die da unglaublich rangeklotzt haben und mitgearbeitet haben. Und die Spender selbstverständlich, die das Ganze jetzt von der Werft her finanziert haben und ermöglicht haben. Auch die Steinlechner Werft, die uns viel ermöglicht hat. Ja, ja, die sind ja, also das ist ja unglaublich, oder? Erstens mit viel Know-how, mit viel Wissen, mit viel Geduld, aber auch mit viel Möglichkeit selber mit anpacken zu dürfen. Das macht nicht jeder, gell? Nee. Also gerade heutzutage macht das nicht jeder. Absolut, absolut. Also da sind so viele, die da irgendwie wirklich massiv einfach ihren Teil mit reingeschmissen haben, damit das Ganze wieder funktioniert. Und es ist einfach auch ein guter Anlass und eine gute Gelegenheit da miteinander tatsächlich auch die volle Kanne Kamillentee. Ja, aber wie feiert man sowas, weißt du? Jetzt sage ich es ja nicht mit einer Flasche rum, oder? Das ist ja Käse. Nö, wir gehen ins Marienmünster und lassen uns ein Ovatorium vorspielen. Ach Quatsch, das ist fad. Da darf man kein Alkohol mitnehmen. Echt? Ja, ich habe das mal gemacht, bin sofort rausgeflogen. Du musst dich als Ministrant anmelden, dann musst du Messwein trinken. Super, tolle Idee. Aber als Ministrant nehmen wir es dir nicht. Nee, nee, nee. Ich habe es mal ausprobiert in meiner Jugend, das ist nicht so. Wie soll ich es jetzt sagen? Es war nicht so mein Hobby. Wie? Ja, ich glaube, dass dir deinen Ruf einfach vorausgehalten ist. Nein, nein, es war einfach nicht mein Hobby. Ja, dein Hobby. Weil das war am Wochenende und wenn schön Wetter war oder so, nicht See, sondern Kirche, das war nicht mein Hobby. Okay, also ich merke schon, Marienmünster ist nicht der geeignete Ort für die Party. Nee, das lassen wir mal aus. Okay. Ja, dann bist du jetzt dran. Also jetzt musst du was überlegen. Jetzt musst du kreativ werden. Also ich bin jetzt mal total kreativer. Ich habe ganz schräge Location. Also eine ganz schräge Location, wo wir das feiern können. Ich schlage mal ganz vorsichtig den See vor. Gar keine schlechte Idee. Gar nicht so, oder? Gar nicht so uncool, ja. Oder? Genau. Ja, so schaut es aus, wenn ich kreativ bin. Jetzt kurze Frage, nur um sicher zu gehen, über oder unter Wasser? Alex, ich habe dich auch lieb. Ich weiß zwar nicht, warum. Ich weiß wirklich manchmal nicht, warum. Aber ich habe dich auch lieb. Ja, ja. Nicht, dass da wieder irgendwas passiert. Aber wir haben es gerade geklärt. Statistisch gesehen bin ich durch. Ich verliere kein Schiff mehr. In diesem Leben verliere ich kein Schiff mehr. Ich vertraue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Habe ich doch selber gefälscht. Ach so, ja dann. Ja dann. Ist ja alles gut. Wahrscheinlichkeit im Leben zweimal ein Schiff zu finden. Obwohl, ja, meine Güte. Könnte schief gehen. Ja, genau. Also See finde ich schon mal eine ganz gute Location. Ja? Ja, finde ich ganz gut. Ja, See ist halt schon groß. Da hat man Platz. Da hat man jetzt erstmal Platz. Was machen wir denn da? Man könnte Bescheid geben, dass man sich trifft. Also ich tendiere ja immer zu so Aktionen, die andere dann ganz uncool finden. Und die können sie nicht aufhalten, weil so viele Leute mitmachen. Was kommt jetzt? Also ich tendiere immer zu solchen Geschichten, weil ich sowas immer schön finde. So viele Menschen, alle sind gut drauf. Ja. Und so. Ich sage ja, Marienmünster, Ovatorium. Nein, 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 nein. Dass das Münster in Ruhe, das kommt nicht auf den See raus. Das ist Quatsch. Okay. Ja, schau, da haben wir wieder so ein Bild. See, genau. Da ist ein alter Baumstamm, der im See liegt. Eidenried, ja, der liegt da immer noch. Ja, ich weiß. Da klettert jeder raus. Das ist ein berühmtes Fotomotiv. Ja, ja. Neben der Bootshütte vom Stegen. Ge-Instagrammt wird da immer. Ja, ja, genau. Und wenn du da mal am Nachmittag dir zwei, drei Stunden gönnst, so 50 Meter weg, hast du auch gute Sicht. Ja. Wie dann manche Püppis da drauf stolzieren mit ihren High Heels und dann halber in den Wasser fallen beim Selfie machen. Das findest du toll, oder? Da hau ich mich weg. Ach, das findest du super. Eine hat es mal richtig reingesemmelt. Die lag, also jetzt volle Kanne da reingeknüppelt. Und dann ziehst du deine Wasserrettungsjacke an und springst rein und rettest sie. Nein, ich muss da erstmal lachen und zwar ohne Ende. Weil die ist reingefallen, aber das iPhone hat sie hochgehalten. Das ist trocken geblieben. Was für eine geile Nummer. Und ich kann ja dann nicht mehr. Wenn ich lache, ist es bei mir aus. Da bin ich out of order. Da geht nichts mehr. Geil. Kann ich nur noch denken. In Fuck You Goethe 3. Sagst du hier für Worte? Das ist ein jugendfreier Podcast. Das ist ein Film, das weißt du doch. Und da haben sie ein Mädchen, da wollten sie irgendwas rauspressen. Und dann haben sie gesagt, Waterboarding. Die Jungs zu den Mädchen, Waterboarding. Und sie verliehen. Nein, 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 Hilfe. Und dann haben die mit Waterboarding gar nicht sie gemeint, sondern ihr Telefon. Ach, siehst du. Kann auch ein Druckmittel sein. Kann auch ein Druckmittel sein. Aha, also das machst du, du stehst da. Nein, jetzt komm mal zurück, bleib mal. Du schweifst dauernd ab. Ich wäre ja beim Thema geblieben. Du bist hier, der dauernd abschweift. Konzentrier dich doch mal. Jetzt bist du auf. Jetzt bleib doch mal beim Thema. Ja, ich bleib jetzt beim Thema. Ja, also. Jetzt, ein Event, was hast du gesagt, wo keiner Nein sagen kann. Wir wollen am See draußen zufällig versehentlich feiern. Zufällig versehentlich. Genau, weil sonst gibt es ja immer viele Neider, die dann rumheulen und sagen, das geht nicht, nie, 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 nie. Also, ich würde ja tendieren zu so einer flachen Stelle, schräger Sandbank, wo jeder im Wasser stehen kann bis zum Bauchnabel mit seinem Drink. Ja. Und man kann ja super feiern. Die Schiffe hängen alle drumherum in ordentlicher Tiefe. Ja. Also, man kann da so zusammenstehen, feiern, Party machen. Cool. Bis zum Bauchnabel. Jetzt verratzt du bloß noch, wo im Ammersee so eine Sandbank ist. Oh ja, da gibt es schon was. Ich will ja jetzt nichts spoilern. Ich kenne... Da, wo die meisten Köpfe aus dem Wasser ragen, ist die Sandbank. Ich kenne die Untiefe beim Riedereck. Das ist ja Quatsch. Das sind ja Felsen. Ne, davor gibt es eine Untiefe. Das ist auch ein Felsen. Da bin ich mal drüber gerauscht mit der Söhr. Jetzt weiß ich ja, warum das Schiff so kaputt war. Nein, das war nicht kaputt. Ich habe da halt eine Kerbe reingefahren. Wahnsinn. Ja, nicht ins Schiff, sondern in die Sandbank. Ach so, in den Felsen. Das ist jetzt die Klaus-Kerbe da drin. Der Klaus-Kerbenstein. Der Klaus-Kerbenstein. Ja, Wahnsinn. Du. Du machst mich fertig. Ja. Was kannst du eigentlich? Ja. Jetzt kannst du endlich reffen. Ja, aber sowas von. Und dann erkennst du keine Untiefen. Nein, wozu auch? Wir müssen wieder bei den Basics anfangen. Ja, genau. Weil du da auch nichts hinstellst auf diese Untiefe. Also... Stell doch da mal einen Pfosten hin und eine Flasche rum drauf. Die beste Untiefe im Ammersee ist am Riedereck dieser eine flache Felsen, der manchmal nur so 10, 15 Zentimeter Wasser drüber hat. Vor dem Kreuz oder hinter dem Kreuz? Vor dem Kreuz. Vor dem Kreuz. Und früher war da immer so ein gechillter Typ mit so einer alten Klappliege, wie man sie in den 50er, 60er Jahren gehabt hat. Der hat die Klappliege da hingestellt und hat sich da draufgelegt in die Sonne. Und da sind wir ein paar Mal mit dem Boot vorbeigefahren. Alter, der liegt da in der Liege mitten auf dem See. Das sieht aus, als würde es schwimmen, oder? Je nachdem, von wo du drauf schaust, dann ist der halt einfach auch mitten auf dem See, ewig weit vom Ufer weg. Das ist völlig daneben. Was machst denn du hier? Ich baue hier die Hütte um. Ja, ja, ich bin. Das ist mein ADHS. Total geil. Es gibt schon tolle Ecken bei uns am See. Doch, doch, doch. Also jetzt bleibt doch mal, es ist unglaublich, der bleibt nicht beim Thema. Ich bin noch beim Thema. Also eine Untiefe, wo die Leute bis zum Bauch im Wasser stehen und die Schiffe drumherum sind und alle haben eine volle Kanne, kann mir den Tee in der Hand. Eine volle Kanne Kanne. Eine volle Kanne Kanne. Mit etwas drin. Aha. Okay. Ich will nicht auf den Kamillentee hinaus. Da weiß ich jetzt schon, dass mich 17.000 Leute töten, wenn ich jetzt sage, es gibt nur Kamillentee. Ja. Also. Okay, also das wird die Party, oder? Keine Ahnung, das wird deine Party. Ich bin vielleicht eingeladen, also ich bin da gechillt. Du, ganz ehrlich, Alex. Nee, oder? Nee. Oh, da habe ich schon wieder einen Tag frei. Super. Ganz ehrlich. Das ist ja wunderbar. Einladungen gibt es da nicht. Aber da kommen sie dann alle, gell? Ja, das ist ja das Schöne. Da kommen die Commanders und wie heißen sie alle noch? Die Commander, die Offiziere, die Steuerleute. Also es wäre ja total lustig eigentlich, wenn man an dem Termin zu diesen Spendern sagt, wenn ihr richtig geil drauf seid, kommt ihr dem Dienstgrad entsprechend gekleidet. Ein Kostümfest. Also, ich kann dann in schlampigen, dreckigen Klamotten kommen. Ich bin ja nur der Dexjunge. Noch nicht mal, Kollege. Alles, ja, eine Sklave. Ketten brauche ich. Verdammt. Ich brauche Ketten. Aber das wäre auch ganz witzig, wenn die Commanderspender dann als Commander kommen. Das wäre ganz lustig, ja. Eigentlich. Das ist gleich eine schöne Idee. Eigentlich. Ja, das finde ich eine sehr schöne Idee. Ja, genau. Ja, das müssen wir aber vertiefen. Ja, da sollten wir machen einen Memo. Also, zusammenfassend kann man an der Stelle sagen, ja, wir feiern das natürlich in irgendeiner, aber in jedem Fall sehr angemessenen Art und Weise. Oh, jetzt habe ich da mal eine Frage. Marien Münster-Overturier. Angemessen aus deiner Perspektive oder aus meiner? Das ist wieder so eine typische Alex-Fang-Frage. Jetzt kommt wieder irgend so was wie... Ich will gar nichts fangen, ich will eine Antwort. Ach komm. Ich bin doch schon da. Das ist so eine... Nee, wir feiern mal nach deiner Perspektive. Oh Gott. Da braucht... Was machen wir mit der ganzen Polizei, die da anrückt? Ich denke, du hast einen super Draht zu dienen. Nee, dann nimmer. Dann nimmer? Nee, dann nimmer. Aber die haben ein schickes Boot, da passen 20 Leute drauf. Sollen wir die einladen? Definitiv. Du, ist auch gar keine dumme Idee. Die haben einen Kühlschrank an Bord. Die haben vor allem geholfen. Und eine Pipi-Box. Ja, geholfen. Die haben den Dampfer, der mit Vollspeed bei der Bergung vorbeigerauscht ist und eine Riesenwelle produziert hat. Als das Schiff gerade eben aus dem Wasser kam, sind die Kollegen von der Polizei mit Fullspeed vor diesen Dampfer und haben den blockiert. Vor diesen Dampfer? Vor den Dampfer. Haben die den überhaupt erwischt? Das war nur das alte Boot. So wie es ist. Der Dampfer ist langsamer gefahren. Naja, unsere Dampfer sind schon flott. Heldenhaft haben die sich da in die Bresche geschlagen und den Dampfer gebremst. Also die haben schon, das war schon. Aber das Blöde, wenn wir die nämlich mit ihrem Boot einladen, dann sind die dienstlich unterwegs. Das ist ein bisschen komisch, finde ich. Dann können die gar nicht richtig mitfeiern. Ach, komm. Wir müssen dann sagen, Collision von der lieben Wasserschutzpolizei, ihr seid eingeladen, kommt aber in zivil, privat. Es könnte Alkohol geben. Dann frage ich mich, wie das Boot zivil, privat ausschaut. Die sollen halt dann sich irgendeins beschlagnahmen, ein ziviles. Das ist gut für beschlagnahmen. Unrechtmäßig abgestelltes Boot, zack, gehört uns. Morgen kriegen sie es wieder. Die neue Uting, unrechtmäßig abgestellten. Alter. Also ich meine, hallo, Polizisten sind ja da auch kreativ. Ja. Keine Frage. Also die laden in jedem Fall ein. Ja, genau. Das wird ja langsam ein Grundgerüst des totalen Chaos. Nein, das wird wunderbar. Ja, für mich auf jeden Fall. Ich habe einen Tag frei, ich bin nicht eingeladen. Genau. Wunderbar. Ja. Was mache ich denn da? Ja, da fällt uns schon was ein, was du da machst. Ja, also ich weiß dann schon, was ich mache. Ich chill irgendwo. Ja. Jamaika. Quatsch. Du hängst auf dem Vorschrift von der Sir. Was gefällt mir an dem Satz jetzt nicht? Ich hänge. Hallo? Ich glaube, wir müssen reden. Ja, ihr hört schon aufmerksam zu. Ich bin ein unglaublich aufmerksamer Zuhörer, wenn es um sowas geht. Sei froh, dass ich nicht, du hängst, an der Rahnok gesagt habe. Rahnok hast du nicht, da bin ich tiefenentspannt. Ja, Baumnok. Ah, die habe ich. Da kann ich dich drauf aufhängen. Na, dann mach das. Genau. So. Ja, so schaut es nämlich aus. Da fährt man was ein. Jetzt kommt es. Wie geht es dem vierten Mann? Oh, du, der vierte Mann. Das wichtigste Schiff. Eigentlich wollte ich den vierten Mann tatsächlich in die Werkstatt bringen, weil der ein bisschen Überarbeitung braucht. Ich werde es nicht schaffen. Aber das ist doch so eine Schulungsaufgabe für die Franzi eigentlich. Hier hast du mal ein Schiff aufpimpen, leichter machen. Ja. Wird benotet. Ja. Du hast zwei Wochen Zeit. Ja, du kennst ja meine Tochter. Ja. Genau. Die mir dann gleich sagt, nö. Paps, pass mal auf Wochenende. Nö. Ohne Kohle, zweimal. Nö. Also, schwierig. Ja, die hat recht. Absolut. Ich sehe schon. Die zieht das mit dem Leben einfach knüppelhaft. Die kriegt das problemlos hin, da habe ich mir gar keine Sache. Also, der vierte Mann, ja, ich werde den am Sommer oder im Sommer werde ich den mal in einer Woche, wo wir keine Fahrten haben, werde ich den wohl mal in die Werkstatt bringen und dann mal anschleifen, neu streichen, lackieren. Ich schaffe es jetzt vor Saisonbeginn, schaffe ich es nicht mehr, den zu überarbeiten. Aber es geht ihm gut. Das ist ja auch schon mal was. Es geht ihm gut. Was haben wir dann noch? Die Fahnen sind noch am Leben, oder? Die Fahnen sind alle am Leben. Das ist sehr gut. Vielleicht gibt es ein neues Logo. Was? Vielleicht gibt es ein neues Logo. Bist du depperd. Da muss ich alles umbauen auf der Internetseite. Ja, das ist die Konsequenz dann. Das ist wieder typisch. Irgendeine Idee und andere haben da was. Genau. Das ist zum Kotzen in diesem Laden. Das ist aber noch nicht durch. Aber weißt du, Alex? Nein, neues Logo geht nicht. Das ist was Neues. Nein, geht nicht. Da fängt was Neues an. Nein, geht nicht. Wenn der Alex sagt, geht nicht, das hat er noch nie gesagt. Nein, das geht nicht. Geht nicht, ist gar nicht in seinem Wortschatz. Doch. Doch, nein. Warum denn nicht? Das kann ich dir am 5. April dann erklären. Okay. Das Schiff kriegt einen neuen Namen. Was? Aber ganz sicher nicht. Das Schiff kriegt einen neuen Namen. Ich sag mal, was hast denn du heute genommen? Was passiert dann am 5. April? Das Schiff kriegt einen neuen Namen. Welchen denn? Waldtraut oder wie? Alter Schwede. Gertrud. Nein, das war schon. Aber du ich, oder? Nein, es kriegt natürlich keinen neuen Namen. Was hast du denn vor? Du hast doch was vor. Du bringst mich doch jetzt auf die Frage. Ja. Dann warte mal. Kannst du dich an diese Folge erinnern? 18, 52? Ja. Echt? Ja. Gut. Ja. Dann weißt du ja, wie schlimm das ist, wenn man auf Dinge warten muss. Was noch viel schlimmer ist. Was? Ich versuche immer den anderen Leuten zu erzählen. Der Alex, der hat ja mit 18, 52, mit 18, 52, hat er mich wochenlang, hat er mich damals wirklich in Spannung gehalten. Und dann kommt ein von den Segelkameraden um die Ecke, 18, 52, ist die Seemeile. Ja. Du Depp. Na, er hat recht, er ist kein Depp. Er hat aufbaust. Ja, aber warum? Entschuldige. Schrecklich. Ich könnte auch 16, 16 sagen und du stehst auf der Leitung. 13, 10 kenne ich. 16, 16. 16, 16. Ja. Ah, Moment. Nee, nein, weiß ich nicht. Ja, siehst du, dachte ich mir doch. Weiß ich nicht. 15, 16 kenne ich. Das war mal eine Kneipe hier, ja. 15, 60 ist das Jahr des Bayerischen Reinheitsgebots. 15, 16. Ja. Ja, nicht 60. Sag ihn doch 60. Nein, du hast gerade 60. Hör mal auf mit dem Saufen jetzt. Ich putze mal deine Ohren, Kollege. 15, 16 war bei uns hier eine Kneipe. Ja, ich weiß. Da bist du zu alt dafür schon. Sackt er hier. Weiße Haar. Du, hier habe ich mir verdient. Na, schmarrnig färb. Nein, ich färb, ja. Die sind doch nicht färb. Natürlich, ich färb die weiß. Haben alle immer ein bisschen Respekt und sagen, komm. Vor dir? Der alte Mann, lass den mal durch. Lass den mal hinsetzen im Bus. Soll ich ihm über die Straße helfen? Ja, genau. Echt? Ja, wenn das irgendein Typ ist, schicke ihn weg. Wenn es ein hübsches Mädel ist, sage ich gerne. Ja, stützt du dich dann auch auf sie? Ja, nee, und dann laufe ich auf der Straße auch einen möglichst großen Bogen, dass es lang dauert. Möglichst lang. Ja, ja. Wann hatte ich denn das letzte Mal eine hübsche junge Dame? Tja, Alex. Ich glaube, ich werde dann auch beleidigt. Hallo? Ja, gerne. Gar nicht. Solange ich noch laufen kann. So, jetzt haben wir einen Haufen Quatsch gequatscht. Du musst dir erzählen, letztendlich war ich beruflich unterwegs. Jetzt haut er wieder ab. Jetzt kommt's. Letztendlich war ich beruflich unterwegs. Das war so ein Drama. Und steige in so einen Regionalzug, der ziemlich voll war. War da tatsächlich ein Schüler. So, keine Ahnung, 16. Alex hat mir tatsächlich einen Platz angeboten. Ich dachte, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wir haben bei unserem Vortrag, bei unserem Live-Vortrag gesagt zu dir. Ich hab' ich vergessen. Immer erst das alte Aufbrachen. Das war schon nicht schlecht. Ja. Okay. Immer erst das alte Aufbrachen. Also mich hat noch niemand versucht, über die Straße zu ziehen. Jetzt geht's bergab, Klaus. Und mit der Folge geht's jetzt auch bergab, oder? Jetzt machen wir Schluss. Wir müssen uns auf unseren Live-Auftritt vorbereiten. Oh ja, wir müssen die Technik noch her. Die Bilder noch zusammentragen. Katastrophe. Wir haben noch Arbeit ohne Ende. Time is ticking away. Hey, wir haben ja noch eine Woche, eine gute Woche. Ja, Friseur, Maske. Friseur gehe nicht. Maske habe ich immer auf. Maske, Schminke. Gruselmaske habe ich immer auf. Im komischen Licht ist eine Maske sowieso für ein Arsch. Du, das Licht müssen wir auch anders machen. Das muss dunkler werden. Wie dunkler? Ja, ich glaube, man muss unsere Falten nicht so sehen. Das ist nicht so gut. Wir müssten mal die weißen Strahler einfach anmachen fürs Bühnenlicht. Meinst du, das hilft, oder? Natürlich. Dann ist man nicht immer grün im Gesicht. Bei dem ganzen Feedback von diesem ersten Live-Auftritt, da war eine Nachricht dabei. Wieso hast du eine grüne Hose an? Ich habe dich noch nie in einer grünen Hose gesehen. Und ich so, Alter, was nimmst du für ein Zeug? Ich hatte eine Jeans an. Und dann habe ich das Foto angeschaut. Die ganze Hose grün, weil der Strahler halt in dem Moment gerade grün war. Ey, Katastrophe. Und die wirklich grün im Gesicht, oder? Ja, volle Kanne. Die zwei. Oder rot, oder was da auch immer kommt. Ja, rot ist ja okay. Einen roten Kopf zu haben, ist ja nichts Unanträgliches. Für diese komische Technik, die da an der Decke hängt. Ja. Ja, Wahnsinn. Okay, also da müssen wir dran, oder? Ja, irgendwie, auf jeden Fall. Ja, perfekt ausgeleuchtet? Ja, ja, ja. Wir schauen mal, was wir tun können. Die Bands werden es uns danken. Die werden uns in der Luft zerreißen? Nein, die werden es uns danken. Meinst du? Die haben auch schon gemault, warum kein weißes Licht da ist. Ah, okay. Und so. Aha. Also wir haben viel zu tun. Wir müssen noch viel vorbereiten. Es wird viele tolle Bilder geben. Wir werden Geschichten erzählen. Wir haben viel zu tun. Lassen wir es liegen. Der Alex wieder hier mit seinen Manager-Weisheiten. Was denn? Hey. So ist es halt. Echt? Also wir haben viel zu tun. Jetzt lass es doch mal so stehen machen. Ja, ich bin ja mal gespannt, ob überhaupt jemand kommt. Ja, nach der Nummer nicht mehr. Ach so. Dann darf ich die Folge gar nicht online stellen jetzt. Wäre taktisch unklug. Ja, das mache ich dann heute Abend. Die hauen wir dann noch raus. Ja, super. Dann ist die Hütte leer. Ja, ist ja geil. Komm. Ach. Magst du noch ein bisschen Ahoi-Brause in deinem Rumpen, dass du wieder runterkommst? Ach, ja. Was ist los? Die fehlt. Die fehlt den ganzen Tag schon, die Ahoi-Brause. Ja, dann. In diesem Sinne. Wir sehen uns. Genau. Und hören uns. Halt. Wir können ja echt sagen, wir sehen uns. Ja, natürlich sehen wir uns. Ja, jeder, der kommt, der sieht uns. Ja, und hören auch. Tatsächlich. Ja. Oman. Nicht Oman, in Kraftbräunen. Da bin ich ja aufgeregt. Was ziehe ich denn da an? Ja, das kurze, das kleine schwarze. Ah, ich weiß noch nicht. Oder das Ringel, das Matrosent-T-Shirt, dein hübscher Matrosenanzug. Mein Captain-T-Shirt könnte ich anziehen. Das ist ein Captain-T-Shirt? Ich habe ein Captain-T-Shirt. Wenn ich Ausbildungen mache, ziehe ich immer mein Captain-T-Shirt an, damit die Bootsführerscheinanwärter auch spicken können, wo Steuerbord und Backbord ist. Das ist nämlich überall angeschrieben an dem Bugheck und so. Aha, so hilfst du den Leuten also durch die Prüfung durch? Natürlich, weil manche wissen ja nicht, wo links und rechts ist. Ja, und die retten mich dann. Naja, eher nicht, aber egal. Weil sie mich gar nicht finden. Ja, jeder fängt mal klein an jetzt. Sei gechillt. Also jetzt, komm, ordentliche Extro, Outro. Was? Ja, raus jetzt. Ach so, servus, Pirtzach. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Im Olympiastadion in München beim Leihauftritt. Nein, Quatsch. Fünfter, Vierter? Fünfter, Vierter. 18 Uhr öffnen, 19 Uhr geht es los, Kraftbräunen-Diesen. Das ist Mittwoch. Ob es um 19 Uhr losgeht, weiß ich nicht. Der Klaus ist immer ein bisschen late. Du hast gesagt, du kommst spät. Ja. Irgendwann muss ich auch mal zu spät kommen. Ich weiß ziemlich genau, wann es losgeht. Ich weiß nicht, wann es endet. Ah, das wissen wir ja gar nicht. Nein, das wissen wir leider gar nicht, weil wir verquatschen uns mal wieder. Ja, dann. Weil du immer nie das Ende findest. Ich finde das Ende. Du bist eine alte Labertasche. Jetzt wäre es ich wieder. Ja. Schon klar. Weil du nie beim Thema bleibst. Nie. Konzentrier dich doch mal. Na, du musst dich konzentrieren. Konzentrier dich doch mal. Du musst dich konzentrieren. Aus dem Publikum kommt die Frage dann nach einer halben Stunde, weißt du, dass du nicht erwähnst, was ist denn mit den Mädels passiert bei dem Sturm? Ach so. Ja, weißt du, dass du das gar nicht erwähnt hast. Du bist über Bock gekommen, keine Ahnung, verloren. Hallo? So bist du konzentriert bei sowas. Nee, das ist ganz anders. Schau mal. Wir sind mit dem Publikum in eine Interaktion eingestellt. Ach, jetzt kommt der Scheiß. Ja, das ist ja das, was bei der Live-Nummer so toll war, dass wir mit dem Publikum in Tuchfühlung gehen. Tuchfühlung. In Kontakt. Tuchfühlung war da nur, weil es recht voll war, ja. Ja, also, na, aber da war eine Interaktion, ja. Leute, ich muss das jetzt hier abbrechen. Responding. Ich hau ihm gleich eine runter. Emotionale Resonanz. Gut, geh auf die Autobahn und mal mit Kreide. Solange ich dir mit Klebstoff dahin gehe. Da bitte nicht. Also, deswegen, wir sehen uns und wir hören uns. Also, ihr hört uns auch. Natürlich, Podcast geht weiter, logisch. Dem Alex geht es drum ja nicht aus. Und wir sehen uns. Genau, und vielleicht machen wir irgendwann eine Folge über 1616. Oh mein Gott, jetzt fängt das wieder an. Ja. Alle wissen es, nur du nicht. Ja, wie immer. Was für ein Spaß. Ja, wie immer. In diesem Sinne. Hast du gelesen? Was? Ich habe schon mal gelesen, ja. Benjamin Franklin. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Eribus und Terror. Hat der schon mal eine halbe Ausgeben. Dir noch nicht, weil da warst du noch in Aberdach am Wurstkessel unterwegs. Ja, dann also ist mir wurscht. Der englische Forscher, der die Nordwestpassage versucht hat zu durchqueren. Ich merke es ja gerade, wer sich verzettelt. Der Alex bleibt einfach nicht beim Thema. Der kann sich nicht konzentrieren. Das ist schrecklich mit dem Kerl. Das ist wie ein kleiner Junge. Jede Ausfahrt nimmt der. Klaus, sitz. Wir müssen jetzt noch was tun. Bilder suchen und so weiter. Auf geht's. Also. Zacker, zacker. Ist jetzt Schluss, oder? Jetzt ist Schluss. Wirklich? Ja, wir haben wieder eine Stunde durchgekommen. Ja, wer jetzt nur zuhört, ist selber schuld. Ja, da ist was dran. Also. Dann hauen wir mal rein. Wir müssen ja was vorbereiten. Ich muss mich schon wieder weglachen. Das ist ein Traum. Bis dann. Fürzeih. Ciao. Schönes Restleben. Wir sehen uns. Hoffentlich. Vor der Bühne. Und wenn nicht, dann hören wir uns im nächsten Podcast. Merkt sie, wie der Typ einfach die Kurve nicht kriegt. Und tschüss. Schiffsmittag. Schiffsmittag. Ding, ding. Ach, Alex, ist das eine Freude. Warum? Weil es schieß. Ja, dann machen wir jetzt Schluss. Schiffsmittag. Move. Visit mir. Da. Bis dahin.